Putzen, Leute begrüssen, Essen holen, Kaffee bringen. Ich bin Marc und arbeite hier in der WEBO. Ich mache eine Lehre als Selbstmacht. In der WEBO bieten wir folgende Ausbildungen an. Restaurationsangestellte EBA und Praktiker PRA Restauration. Mein Name ist Thomas Leicht, ich bin Leiter der Genusswerkstatt hier in WEBO-Ensingen. Die WEBO Genusswerkstatt ist das öffentliche Restaurant der WEBO. Meine Aufgabe als Berufsbildner ist, die jungen Leute, die zu uns kommen, einen Beruf herzuführen. Das heisst, sie zu begleiten, Anleitungen zu geben, zu zeigen, wie man die Arbeiten ausführen. Aber das Ziel ist immer, dass die Leute selbstständig ihre Arbeiten machen können. Wir versuchen wirklich, die Begleitung korrigierend einzugreifen, wenn es nötig ist. Im Viertel von Neun machen wir dann ein Briefing, wo wir die Arbeiten teilen dürfen. Und dann auf einem Mittagsservice hat eigentlich jeder seine Aufgabe. Bei denen gehört klar dazu, den Gast zu begrüssen, den Tisch zu führen, nach den Getränken zu fragen. Das Menü vorzustellen und dann können die einzelnen Gänge servieren, zwischen ihnen anbauen, fragen ob es gut ist, noch vielleicht Getränke nachbringen. Und dann ist auch der Lernende mitverantwortlich, dass sich der Gast wohl fühlt, von denen er ins Haus kommt, bis wir ihn wieder verabschieden. Ich mache am liebsten Wäsche und mache Geräte und dann am nächsten Tag veräumt. Ich bringe gerne Kaffee an den Leuten. Ich freue mich, dass ich mit Leuten zusammen bin. Wenn man mir die Hilfe anschaut, kann man hier oder hier drauf klicken. Ich freue mich, dass ich mit Leuten dort lasse, das die Untertitel & загeln mache. Ich freue mich. Ich freue mich, dass ich die Untertitel und untertitelung.